Hallo zusammen, hier ist der Trill und heute möchte ich euch eine kleine Matchmaking-Highlight-Szene zeigen, die sich gestern im Sonntagstream zugetragen hat. Und zwar ist mir hier auf dem Overpass-Game in der Runde 4 zu 6, beim Spielstand 4 zu 6, der ESEA-Client mal wieder abgeschmiert. Das passiert mir ja ziemlich oft, dass mitten im Stream einfach der ESEA-Client abschmiert, ich aus dem Game fliege und wir infolgedessen meistens auch die Runde abgeben, weil uns halt ganz einfach ein Spieler fehlt. Daraufhin bin ich wieder ins Game gegangen, konnte aber nicht mehr joinen, da ich schon tot war und die Runde angefangen hat. Und in den meisten Fällen ist es ja so, dass man dann nur seinen Mate zuschauen kann, so sollte es sein. Hier sieht man es nochmal, ich bin dann stehen geblieben und einfach aus dem Game geflogen. Was ich dann zugetragen hat, war ein bisschen dubios. Ich konnte dann nämlich wie im Free Spectator-Modus einfach durch die Map fliegen und konnte sehen, wo die Gegner rumlaufen und wo wir rumlaufen. Was normalerweise ja nicht passieren sollte, wenn man wieder ins Game kommt. Ich sage das deswegen vorher, weil ich ganz genau weiß, dass es hier in den YouTube-Kommentaren wieder so ein paar Schlipsträger geben wird, die dann rumflamen, wie low wir sind, weil wir das abusen. Aber nochmal gesagt, an die Schlipsträger da draußen, wir haben diese Runde hier wahrscheinlich abgegeben, weil ich aus dem Spiel geflogen bin. Das hier war ein random Matchmaking, hier ging es um absolut nichts, das war alles just for fun. Und am Endergebnis der kommenden Runde, wo ich schließlich auch ansagen konnte, hat das nichts geändert. Also an alle Schlipsträger da draußen, zieht euch den Stock aus dem Arsch, hier ging es um nichts. Im Stream wurde das auch hart gefeiert, das war einfach mega witzig, die Szene, wie das passiert ist, das war total random. Also lehnt euch zurück, genießt den Moment und viel Spaß. Mal bei B bleiben. Ja. Ich bin jetzt tot, B gott sich. Das ist sicher tot. Ich bin jetzt tot, die Gegner, die sind voll easy zu fracken und machen so. Mann. Noll, man. Scheiß, Pisklin, Mann. Natürlich down. Ey, ich bin im Speck, ich kann rumfliegen. Ich kann euch sagen, wo sie sind. Kein Scheiß. Drei auf B. What the fuck? Ja, dann ist es A, dann ist es A. Moment, bleibt Base, bleibt Base, bleibt Base, da pusht einer. Kurz offensiv, der kommt, der ist gleich da, Alter. Geht kurz, geht kurz, geht B, geht B kurz. Der kommt, Freddy, halt an, der kommt. Geduckt, 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 rechts an der Wand. Weiter, zieh rum, zieh rum, zieh rum. Ja. Wo ist denn der auch weh? Äh, äh, hinterm Pimmel, hinterm Pimmel, hinterm Pimmel. Links, rechts, 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 rechts. Ich hab Low-HP eben nicht verholt. Der ist einer, ich hab ne, schieß nur. Nein, Treppenhaus, da ist einer, ja. Rechts in der Ecke, schön. Geht hoch, geht Treppenhaus hoch. B noch einer, einer noch B. Warte, ich such den anderen. Einer B und der andere, ja, den müssen wir noch wissen. Warte, ich suche, ich suche. Wir cheaten nicht, das ist halt so. Du musst so A-Spot irgendwo sein, da war gerade ne Flash. Oh, ein neuer Abonnent. Ja, ist Main. Äh, jajajaja, äh, der geht lang. Schleicht durch, schleicht. 30 Sekunden, danke Wurst. Der ist lang, an dem Parkanlage schön hergestellt. Der andere ist noch B irgendwo. Warte, Felix, schleich. Der, jetzt ABP, der zieht rum. Der aimt ab. Und diese Flash hier? Der geht lang weg. Kommt jetzt nochmal, der kommt. Der aimt dich ab. Schön, warte, ich such den anderen. Der kommt B unten, B unten, B unten. Blink durch, oh. Ruf den aus einfach. Hier, hier, warte. Ja, genau, warte. Gute Nade, ungelungen. Warte, der kommt gleich die Treppe hoch. Ist weiß. Ruf den aus. Das ist so schlecht. Ja, warte, jetzt ist er gleich LKW. Nein. Warte doch ab. Mann, mit Wall-Hack, Alter. Forever is here. Ich join rein und kann alles ansagen. Und wir geben es trotzdem ab.